Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen XXL-Farm-Folge auf dem Markt Heilerland mit dem Varuna. Hallöchen, Tigerfarb. Hallo Varuna. Wir werden heute ein bisschen Stroh abfahren. Ich bin Varuna. Oh, ich mach grad Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ich bin grad auf der Klappe hinten beim Ladewagen. Wir haben uns zwei neue Ladewagen gekauft. Und zwar, können wir hier mal gucken. Macht nicht so einen Scheiß. Manchmal ist er einfach nicht fähig hier. Guck, Fendt hilft, hilft sogar. Jo, geh weg. Wir haben uns hier jeweils einen TIGO 100 XRD gekauft. XL heißt ja. Was? Was? XR. Hä? So heißt der hier. Ich dachte, XL. Nein, XR-D. Achter, L. Von der Green Fleet. Wir hatten ja noch einen Krone-Ladewagen. Den 560 irgendwas oder wie heißt der? 760? 560 GD, glaub ich. Genau. Den haben wir verkauft. Und haben uns dafür gleich noch einen zweiten TIGO angeschafft. Ich denke, es ist für euch kein Geheimnis, dass es eigentlich ein Fendt ist. Daher wünsche ich TIGO-Farm viel Spaß damit. Oh, scheiße. Hättest du jetzt die Sprache verschlagen? Nee. Nein, weil du konzentriert gegen das Ilo gefahren. Oh, das ist von Vorteil. Äh, warte mal, wir könnten auch... Du hattest gesagt, beim Heizkraftwerk kann man damit auch irgendwas... Äh, beim Kompost kann man damit auch irgendwas anfangen. Ja, Kompost. Oder sollen wir lieber noch Dünger davon machen? Ja, oder wir fahren es dann mit dem LKW runter. Äh, warte, wo war das hier Kompost da? Äh, da brauchen wir Diesel und, äh, Hackschnitte, Stroh, Mist, Rastri oder Luzerne. Und dann kriegen wir Kompost draus. Kompost, ich hab zwar keine Ahnung, was ist in dem LKW, aber ich schau mal. Äh, vielleicht ist es ja einläufig. Ich glaub, das ist das. Ja, 3200. Für Kompost? Verkaufspreis? Ja. Aber ist grad, äh, äh, senken. 3.000? 3.200. Sorry. Kann ich nicht glauben. Das ist glaub, die, äh... Lol. Ja, der Erdberg. Oh ne, ja. Oh, ich bin abgekommen. Das ist aber viel. Ja, okay, es ist, es kommt drauf an, wie viel Kompost du aus 1.000 Liter Stroh rauskriegst. Also wenn dann nur 200 Liter, aus 1.000 Liter Stroh nur 100 Kompost rauskommt oder so, dann ist natürlich nicht so viel. Lebst du noch? Du bist disconnected von deinem Channel. Ah, ah, ah. Verdammt, hat mein Anhänger mich grad rumgeschoben, ey. Also, wir hatten vorher noch eine kleine Diskussion. Und zwar, ob ich den Anhänger komplett in grün, grün, grün nehmen soll. Das musst du natürlich erzählen, ne? Ja, ja, ja. Das war klar. Tigerfarm hat gemeint, alles grün. Der, ähm, Fast Truck war ja auch in grün, mit grünen Felgen. Ich hab mich dagegen entschieden. Gemeint, ich mach die Felgen wieder schwarz, genauso wie beim Anhänger. Und die Design... Nein. Schwarz. Was machst du auf? Was hast du gemacht? Nix. Du bist ins Zelt gefahren. Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Kann das überprüfen? Du bist ins Zelt gefahren. Nein, ich bin nicht reingefahren. Ich wurde vom Anhänger reingeschoben. Du bist trotzdem mit den Reifen da reingefahren. Nein, der Anhänger hat mich reingeschoben. Ja, aber du bist trotzdem mit den Reifen da rein. Also bist du reingefahren. Nein, der Anhänger hat mich reingeschoben. Trotzdem bist du mit den Reifen da drüber. Das ist dann reingefahren. Der hat so geschoben, ey. Das ging nicht. Soll ich dir mal was verraten? Was? Über die Hofbergmann. Was? Ich bin mal aus Versehen durchs Feld geheizt. Aus Versehen durchs Feld geheizt. Ja, aber es war nur in der Ecke. Das denke ich mir. Hat alles kaputt gemacht, der Tigerfarm. Ich? Ja, klar. Warum ich? Was hast du gerade erzählt? Ich bin nur ein Stück. Jetzt übertreib mich. Naja, da kommt's raus. Alte Geschichten. Ja, alte Geschichten von damals. Woran ich mich gerne zurückerinnere, ist die Challenge gegen den Nikato PlaySXD. Kennst du die? Oh ja. Ja, da... Warst du da Helfer? Ja, gell? Da bin ich da zugestoßen, ja. Ja, genau. Dann war eine coole Story. Also da würde ich gerne auch nochmal so eine Art Projekt aufleben lassen. Also so ein Projekt würde ich nochmal machen. Oh, das wäre geil, wenn irgendwie wir beide, also ich, der Tigerfarm, drei, vier und Varuna in einem Team irgendwie gegen Nikato und noch die RaySix oder so. Vielleicht kriegt man da auch keine Ahnung. Einen Malonation LP oder so dazu. Ja, wir drei und dann hier RaySix. Nee, man kann ja auch den RaySix und den Malonation oder so. Verstehst du? Und zwar werden die Fahrzeuge dann, ups, Gas geben sollte man auch. Die Fahrzeuge werden dann beschränkt auf die Varuna LP, äh, auf die Green Fleet. Also nur die Fahrzeuge dürfen benutzt werden und die anderen müssen die in Rot-Schwarz kaufen. Weil da GraySix hat ja gerne Rot und Schwarz. Genau. Dann wäre das, ach, das wäre richtig nice. Ja, ja. Wir spinnen jetzt einfach mal ein bisschen. Also wir fantasieren, sagen wir so. Fantasie ist schon immer, aber das ist was anderes. Du? Wie du? Ich habe viel Fantasie, das stimmt. Sonst würde ich auf so ganze doofe Ideen nicht kommen, dass ich hier so Fahrzeuge umbaue oder wie auch immer. Oder ein ZWATFERST. Wie gesagt, der Anhänger war schuld. Übrigens könnt ihr auch den ein oder anderen Mond jetzt schon, den wir hier benutzen, auf Mod Poster laden. Ähm, zum Beispiel den Quadrat hier. Oder was habe ich denn vorhin, ich habe vorhin noch einen hochgeladen. Den Fast Track. Den Fast Track habe ich gerade schon gesagt. Was habe ich denn vorhin noch für einen hochgeladen? Den Anhänger wird es nicht geben, weil den Anhänger habe ich eigentlich äh, umgebaut von einem anderen Modder. Ähm, also von einem anderen, der ihn umgebaut hat, den habe ich dann nochmal umgebaut. Äh, deshalb wird es den auf jeden Fall nicht geben, weil ich möchte keine Mods verteilen, die eben nicht aus meiner Hand sind. Und dann die Lizenz oder die Erlaubnis fahrt dann auch wieder ewig, wenn du das fragen würdest. Ja, vielleicht wird es schnell gehen, vielleicht auch nicht, aber ich habe gar keine Lust darauf. Also, die Mods, die ich veröffentliche, die kommen direkt aus dem LS19. Die habe ich selber exportiert und dann bearbeitet und sind nicht von irgendwelchen anderen. Darauf möchte ich Wert legen. Ähm, ja. Wo waren wir vorhin stehen geblieben? Bei Fantasie? Ne, welchen Mod ich denn noch veröffentliche? Ah, ich weiß es wieder, den New Holland Radlader, den W190D. Den gibt es auch mit Dekal-Wahl, Felgenfarbe und Hauptfarbenwahl. Dazu angemerkt, bei jedem Fahrzeug, das Varuna von der Greenfield veröffentlicht, hat die Kall-Wahl von Varuna LP teilweise auch noch andere, also vom Spiel aus. Also, was ich hauptsächlich immer ersetzt habe, sind die, die, ähm, die Markennamen. Also, dieses Tigo ist ja die Modellbezeichnung, deshalb ist es dort, aber zum Beispiel die Fendt-Logos, die sind weg. Die sind umgeschrieben in Varuna LP. Oder beim JCB sind die JCB-Geschichten alle weg und sind durch Varuna LP ersetzt worden. Genau. Doch, beim Ideal hast du recht. Beim Idealdresher, da gibt es auch noch Fendt und Case. Äh, nein. Marseille Ferguson. Challenger und Case, glaube ich. Hm? Challenger und Marseille Ferguson. Nee, ähm, auf der Stelle vom Challenger sitzt Varuna LP. Hm. Äh. Fast eingeparkt. Ich dachte schon, du hättest das Feld schon wieder berührt. Nee, ich hätte nur fast eingeparkt in die Halle. sah, glaube ich, ganz elegant aus. Ist der Anhänger wieder schuld? Ja, war er. Mhm. Ich glaube, ich habe zu wenig Gewicht auf der Vorderachse. Ich brauche theoretisch noch ein Gewicht. Typisch Varuna LP. Ah, äh, was wir gar nicht erwähnt haben, ist, wir haben natürlich die Fahrzeuge alle sortiert. Von einer Kategorie, nicht Kategorie. Du meinst im Händler, im Shop? Mhm. Ja. Also, ihr könnt hier, warte mal, ich muss mal kurz gerade ausfahren. Ähm, hier gibt es eben überall die Kategorie Varuna LP. Hier auch bei den Fahrzeugen und bei den Anbaugeräten. Was ich nicht, also, ich bin noch am überlegen, ob ich auch ein Brand erstellen soll, also das heißt die Marke, ähm, dass ihr theoretisch über den Markennamen Varuna LP die Fahrzeuge suchen könnt. Aber ich denke, es reicht mir den Shop Kategorien. Oder? Wenn du überwürstest, wie man das macht. Naja, wo ein Wille, da ein Weg. Achso, bis ich jetzt so weit war, dass ich die Fahrzeuge hier so bearbeiten kann, hat auch eine Weile gedauert. Aber, ich bin dazu gekommen. Das ist schön. Ja, finde ich auch. So, wie viel haben wir denn noch? Sind wir bald fertig? Ja, anderthalb Minuten. Nee, mit Stroh. Achso. Kein Bock mehr hier Stroh abzufangen. Auch nicht. Ich hab keinen Bock mehr auf LSK. Naja, du willst bloß wieder hier dein Lkw-Spielen spielen. stimmen gar nicht. Ah, was denn dann? Mit dir zusammen das Lkw-Spiel spielen. Lkw-Spiel 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 Junge! Und tschüss! Lkw-Spiel dankeschön! Kleiner JCB schmeißt großen Phantom. So, Revanche musste sein. Für was denn? Für das, dass du das vorhin gemacht hast. Was? Hm, Kurzzeitgedächtnis. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann bitten wir euch doch gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar dazu lassen. Natürlich, am besten alles. Schaut gerne beim Tiger Farm 34 auf YouTube noch rein, lasst ihm ein Abo da, Like, Abo und einen Kommentar. Und wenn es nur high ist, völlig egal. Und schaut morgen wieder rein, 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Tschüss!